Hi! Hallo! Wo willst du denn hin? Ich gehe zur Musikschule. Oh! Was machst du da? Ja, ich lerne Gitarre spielen. So wie Farina. Oh! Das ist aber cool! Ja! Weißt du denn, wie du da hinkommst? Ja, guck mal! Ich muss nur da hinten über die Straße gehen, wo die Ampel ist. Dann bin ich schon da. Weißt du denn, wie das geht? Meinst du, eine Ampel zu benutzen? Ja! Natürlich! Wie denn? Du siehst ja erst ein rotes Männchen. So wie mich. Ja. Dann bleibst du stehen und dann drückst du auf den Knopf und wartest, bis es grün wird. So wie mich, ne? Ja. Und dann kannst du auch über die Straße gehen. Aber du musst erst noch mal gucken, ob die Autos auch alle stehen bleiben. Och! Mehr ist das nicht? Das ist ja babyleicht! Ja, eigentlich schon. Aber, ähm, was ist denn, wenn es rot wird und du stehst mitten auf der Straße? Ja, dann darfst du auf keinen Fall stehen bleiben und auch auf gar keinen Fall zurücklaufen. Nee? Nein! Da musst du ganz schnell auf die andere Seite gehen. Das schaffst du auch. Die Autos bleiben so lange stehen. Ach! Kann ich mal mitkommen? Ja, natürlich! Kann ich vielleicht auch mit zum Gitarrenunterricht kommen? Ja, natürlich! Okay, dann schreibe ich gerade noch eine WhatsApp an meine Mama. Ja gut, mach das! 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 Ja gut, mach das!